Der professionelle Betrieb eines öffentlichen Schwimmbeckens erfordert mehr als nur die Aufrechterhaltung von sauberem Wasser. Es geht auch um Effizienz, um Nachhaltigkeit und um Kosteneinsparungen. Wir präsentieren AFM Activated Filter Media von Dryden Aqua. Das fortschrittlichste Filtermedium der Welt, entwickelt um die Wasseraufbereitung von Pools zu perfektionieren. AFM kann in allen Sandfiltern eingesetzt werden, ohne dass an der Anlage etwas verändert werden muss. AFM wird zu 100% aus recyceltem Glas in unseren hochmodernen Fabriken hergestellt. Für die Produktion nutzen wir ausschließlich unseren selbst erzeugten Solarstrom und in unserer Waschanlage unser gesammeltes Regenwasser. Jedes Neben- oder Abfallprodukt wird recycelt oder wiederverwendet. Mit unserer Nullabfallproduktion setzen wir neue Maßstäbe in Nachhaltigkeit. Durch einen einzigartigen chemischen und thermischen Drei-Stufen-Aktivierungsprozess wird AFM zum einzigen vollständig bioresistenten Filtermedium, welches effektiv Bakterienwachstum und die Bildung von Biofilm in ihren Filtern verhindert. Diese Bioresistenz verhindert Kanalbildungen im Filterbett. Dadurch kann kein ungefiltertes Wasser oder schädliche Krankheitserreger in den Pool gelangen. Die Bioresistenz von AFM verhindert auch die biologische Umwandlung von Harnstoff in Ammonia, die für die Bildung schädlicher Trichloramine verantwortlich ist. Trichloramine sind die Hauptursache für Augen-, Haut- und Lungenreizungen. Zudem vergrößert unser Aktivierungsprozess die Oberfläche von AFM erheblich und macht sie hydrophob. Dadurch können wir Partikel bis zu einer Größe von 1 Mikron filtern und bis zu 50% mehr organische Stoffe als Sand und andere Filtermedien entfernen. Dies reduziert drastisch die Wassertrübung, senkt den Chlorgebrauch und minimiert die Bildung schädlicher THMs wie Chloroform. Erhöhte Werte von Chloroform sind insbesondere für Babys und schwangere Frauen gefährlich. Das ist noch nicht alles. Eine der beeindruckendsten Eigenschaften von AFM ist seine unübertroffene Spüleffizienz. Im Gegensatz zu anderen Filtermedien erzielt man bei AFM auch bei tiefen Spülgeschwindigkeiten außergewöhnliche Filterbett-Ausdehnungen. Da auf AFM sich keine Biofilme bilden, können auch in kurzen Rückspülzeiten über 95% aller eingeschlossenen Partikel ausgespült werden. Der effiziente Rückspülprozess verbraucht bis zu 80% weniger Wasser als andere Filtermedien und spart so tausende Liter Wasser pro Jahr. Das ist nicht nur ein Gewinn für ihre Betriebskosten, es ist auch ein Gewinn für die Umwelt. Und zu guter Letzt übertrifft AFM mit einer Lebensdauer von über 20 Jahren andere Filtermedien bei weitem. Dies reduziert die Kosten für Austausch, Wartung und Entsorgung erheblich. Die Entscheidung für AFM ist mehr als nur ein Upgrade ihrer Filter. Es bedeutet in eine bessere Wasserqualität, in sauberere Luft, in geringere Kosten und in eine nachhaltige Zukunft zu investieren. AFM von Dryden Aqua